und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu god of war ja ich hoffe ihr hört meinen pc bzw den lüfter im hintergrund nicht allzu stark ich habe leider aktuell nur diesen moment dass ich mal etwas aufnehmen kann weil morgen haben wir mal wieder die handwerker im haus und ich möchte doch gerne vorher zumindest noch ein zwei folgen von god of war aufgenommen haben ja das schon mal vorweg da hinten wollten wir ja rein aber ich sehe gerade das hat er jetzt wieder wieder runter gemacht jetzt auch fortfahren gegangen deswegen bin ich mir jetzt gerade nicht sicher das war glaube ich da gegenüber oder wo wir dann hin waren hingegangen sind mir gerade nicht sicher aber ich glaube doch hier das hatten wir geöffnet wenn ich das richtig sehe achso ich müsste nein 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 ja ist ja gut ich wollte eigentlich nur die axt haben der wollte ich doch gar nicht aber sonst geht es hier noch gut komm her ich will hier wieder hoch wieso komme ich nicht hoch jetzt komme ich hoch falsche taste gedrückt okay komm komm schön dich getroffen zu haben brock ich überlege mir einen namen für dein tier ich glaube ich werde sie undankbares pack nennen hey undankbares pack komm hierher ja das kennen wir doch schon so so da dürfen wir dann wieder ah ok hat einen tag nicht mehr gespielt und man weiß alles schon gar nicht mehr so richtig so weiter in richtung des bergs du hast mich alleine kämpfen lassen stimmt menschen sind eine sache gegen alles andere kämpfst du bis ich halt sage oder wir tot sind verstanden leiste deinen teil oder wir gehen heim verstanden das ist gut ja ich glaube ich kommen wie durch wo denn wo ist denn jetzt hin hallo junge kleiner ach so du standst neben mir was heißt denn hier ich glaube wir kommen hier durch was denn wie denn ja das habe ich mir schon gedacht dass ich da verletzt werde ach so moment ja ich glaube ich verstehe das rot hat jetzt keine bewandt ist okay oh je was ist das denn ne ne finde ich auch nicht ähm moment hier kann ich das ganze hoch machen und dann müsste ich das theoretisch festhalten wenn ich es richtig sehe so so kommen wir da drüber gesprungen das ist die frage nein warte da oh fuck fuck ja das war nicht so günstig ich bin so doof ok in dem moment wo ich mir die axt rüber geholt habe bin ich ganz ehrlich habe ich daran gedacht das ist keine gute idee wenn du das jetzt machst und ja hat aber leider schon die axt rüber geholt so die frage ist der junge kann das vermutlich nicht dahin werfen werde ich dann nur mit den fäusten kämpfen können hm das ist natürlich alles ein bisschen blöd ne ich probier's mal warte da ja das ist gut dass du bereit bist oh pass auf hinter dir was mach ich denn jetzt ich kann meine axt nicht rufen aber ich muss rüber moment wo seid ihr wo seid ihr Sind da noch mehr? Wieso ist das jetzt wieder wieder hergestellt, hä? Okay. Hm. Das Problem bei der Sache ist jetzt, falls keine kommen... Ach, natürlich kommen hier welche. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, mir zu folgen. Nachher drücke ich was Falsches. Okay. B. Ich darf nur nicht X drücken. Hilfe. Ähm. Ja. Da kann ich aber nicht öffnen. Hm. Also hier ist kein Fleck, wo man sich hinstellen kann, ne? Und wenn ich da muss ich die Axt muss ich die Axt eventuell da drauf aber das kann doch nicht sein, dass ich so schnell schießen muss? Oder ich muss von... Also die Axt rufen, das von dieser Seite aus wieder sperren. Das wäre aber auch irgendwie unlogisch. Das ist alles so schnell. Das gefällt mir alles so gar nicht. Ähm. Wenn ich jetzt auf der Seite stehe... Kann ich das noch höher ziehen damit? Das ist jetzt die Frage. Sie kommt wieder nach unten! Ja, ich weiß! Och Mann! Ah! Das geht! Okay. Das ist schon mal gut. Das ist schon mal sehr gut. Das ist schon mal schlecht, falle ich da oben nicht... Oh nein! Ist das euer Ernst? Wieso funktioniert das denn jetzt nicht? Wird's mich verarschen? Ja. Oh Gott! Ah! Ich glaube, jetzt darf ich, ne? Jetzt sind wir hier... Warum bist du denn jetzt müde? Boah! Nee, müde bin ich nicht, aber ich bin gerade fertig mit den Nerven. Neues Wartefax-Set gefunden. Eins von neun. Okay. Boah! Wow! So nah bin ich dem Weg noch nie gekommen. Er ist so groß. Wenn Mutter das sehen könnte. Komm, Junge. Warum hat er so eine Angst davor, seinen Sohn zu trösten? Nein! Sollte es eigentlich die Axt rausholen, falls was ist. Oh! Sieh dir das an! Schick! Was ist das? Junge. Sieh mal! Die Seite ist mit Runen beschriftet. Was steht da? Oh, niemals werde ich allein. Wie wir zwei, wir drei gemeinsam sein. Ein Rätsel. Hm. Vielleicht ist hier irgendwo ein Hinweis. Okay. Das bringt mich jetzt nicht weiter. Ähm. Habe ich mich gerade erschrocken? Ich glaube, die Ringe müssen sich drehen. Ja, das könnte sein. Oh, nee. Komm wieder runter. Das ist etwas zu spät. So, dass ich gar nicht durchgehe. Das kann ich offen. Hallo! Dann mache ich es da oben. Ne, echt? Jetzt ist da unten das frei. Wollt ihr mich denn ver... Äppeln hier? So, wir warten. Natürlich nicht. Okay. Na? Ja. Ja, und nu? Ja, aber das läuft dann noch weiter, wenn ich das andere... Äh... Also, wenn ich das jetzt wieder zu... Ach so! Ich glaube, das war so rum richtig, oder? Ja, das muss so rum richtig sein. Ähm... Das ist alles richtig. Ja. Die Frage ist jetzt nur... Ich denke mal, der Pfeil muss nach oben zeigen. Aber dann kann ich es nicht einfrieren. Ich kann es nur einfrieren, wenn es so rum zeigt. Ach, Leute. Mach es bloß nicht da, wenn ich drauf drücke. Es kann sich nur noch um Stunden handeln. Wenn es zu lange dauert, dann, äh, muss ich leider den Rest etwas kürzen und rausschneiden. Na, geht doch. Ich habe es 20.000 Mal gemacht. Wieso hat es davor nicht funktioniert? So. Junge, was bedeuten die Runen? Oh! Da steht Familie. Das ist kein Hinweis. Das ist die Antwort. Kann ich allein niemals sein. Stimmt's? Schreibe die Runen mit deinem Messer in den Sand. Wirklich? Kindlos. Es ist was passiert. Was passiert? Was ist das hier? Oh, toll abgeholt. Ah! Okay. Was ist das da oben? Ein Ausgang? Äh. Wir müssen doch da hin, oder nicht? Wieso komme ich hier nicht hoch? Hallo? Weil wir da rum müssen, glaube ich. Okay. Nee, Moment. Da kommen wir doch her. Hä? Da müssen wir doch links rum. Ach! Das meint er mit da oben. Oh! Sag das so einer. Achselber. Na ja, gut. Okay. Heißt der eigentlich nur Junge oder hat der auch einen Namen? Nein. Wo ist die Aktion? Oh, fuck. Oh, fuck. Ich hab's geahnt. Mach dich bereit! Oh, fuck. Ich hab's mal gut. Ah, komm! Ich glaube, ich kann ihn nur zwischen den Beinen treffen, oder so. Okay, ich kann ihn noch da oben treffen. Oh, ich kann gerade sagen, da war doch gerade irgendwo noch was. Hallo, falsche Tasche, Scheiße! Oh! Du Arsch! Nein, ich wollte mich gerade halten, du Arsch! Och ja, weich bloß nicht aus, ey! Oh, ich bin da oben! Oh, komm, komm. Was muss ich machen? Was muss ich machen? Nein! Doch! Scheiße! Oh Gott! Ei, ei, ei! Okay. Schwerer Runenangriff. Ein verheerender Flächenangriff, der alle Gegner im Wirkungsbereich einfriert. Im Menü anzeigen, ja. Ähm. Ähm, ähm. Zählter Schuss. Ne, das wollen wir ja behalten. So. Fähigkeiten haben wir dafür überhaupt, ähm. Ne, immer noch nicht genug. Hierfür auch nicht? Ne, da müssen wir aber noch sparen. Okay. Na gut. Das hat sich jetzt gerade irgendwie komisch irgendwie gehört. So, ist hier an der Ecke noch was? Oh, ja. Hier auch noch was? Da kann man hoch. Okay. Die alten, die junge. Die zukünftige. Oh nein, sie bringen nicht immer was Gutes. Das ist richtig. Na toll. Musst du weit weg, oder was? Ach, sag bloß. Die muss man innerhalb von kurzer Zeit treffen. Ne, oder? Doch, tatsächlich. Wo ist denn das C? Das muss ich dann noch theoretisch von hier aus sehen können. Sie gibt es echt viel zu sehen. NR. Was ist da oben? Da wird irgendwas zumindest zum Vorlesen. Kann ich den irgendwie hier hochschicken? Mal schauen. Mal schauen. Junge, lass das Ding runter. Zackig. Los. Die Frage ist, kriege ich von hier oben das dritte Teil irgendwie aktiviert? Oder bekomme ich das so zu treffen oder so? Ne, finde ich auch. Was bedeutet das jetzt? Oh mein Gott, wenn er sich was aufschreibt, dann klaut er einfach das Wissen und das ist dann komplett weg. Das war jetzt alles, oder was? Wollt ihr mich verarschen? Wo ist dann das C? Hä? Ja, ist klar. Wo ist das C? Ach, da hinten. Ach, du Scheiße. Wollt ihr mich verarschen? Wie soll ich das denn schaffen in der Zeit? Oh Gott. Lauf, Junge. 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 Oh, komm, mach. Ach, in der Zeit ist das C schon wieder weg, dass nicht euer Ernst ist, oder? Aber der läuft auch so lahmarschig. Ach, wie soll ich das denn machen? Kann ich auch nicht hoch in die Mitte, ne? Naja. Ach, ist das euer Ernst? Lauf, Junge. Ja, die könnte das bestimmt besser, ich weiß. Och, kommt, Leute. Ey, das ist wirklich nicht euer Ernst. Also, ich probiere das jetzt noch ein paar Mal und schneide das dann zusammen, bis es hoffentlich geklappt hat. Aber da muss es irgendeinen Trick beigeben. Von hier aus kann ich aber nicht werfen, weil es ist zu weit weg. Also, da nimmt er das nicht an. Dementsprechend, äh, ich weiß es nicht. Aber es muss irgendeinen Trick dabei geben. Das, das würde ich ganz klar sagen. Also, ich probiere es jetzt noch ein paar Mal und wir sehen uns dann nicht wieder, wenn es geklappt hat. Vor allem muss man voll nah dran stehen. Ah, das ist das erste schon wieder. Doch, du kannst. Was ist das denn? Okay, ich kann sprinten. Also, das war jetzt eine Aktion. Ganz ehrlich. Aber ich habe dann festgestellt, dass, ja, ja, ich weiß, ein legendärer Apfel, wir wissen, es maximale Gesundheit erhöht. Ah, sehr schön. Als wenn ich den linken Stick gedrückt halte, dass ich dann nämlich laufen kann. Das wusste ich im Vorfeld noch nicht. Wenn ich jetzt wüsste, äh, habe ich meine Axt überhaupt wieder? Wenn ich jetzt wüsste, was es jetzt hier drinnen alles gibt. Wenn wir jetzt weitergehen. Junge, ich könnte ein Tier da vorne hören. Ein Keiler, ich wusste es. Ja, dann würde ich sagen, ich weiß ja nicht, wie lange das dauert, was jetzt noch kommt. Und, dass wir jetzt hier erstmal einen kleinen Cut machen und dass wir unsere Beute dann in der nächsten Folge erledigen. Damit es nicht ganz so lange folgen werden. Bis dann. Ciao.